So liebes Publikum, wir kommen zu einer Story, wie Sie nur das Talk-Leben geschrieben haben kann. Absolut authentisch und biografisch. Wie alle erfolgreichen Hollywood-Produktionen der Neuzeit besteht auch dieses Leinwand-Epos aus mehreren Teilen. Hier kommt der zweite. Liebe, Triebe, Action. Das sind die Zutaten für einen Talk-Blockbuster. Hier ist unser Filmfilm am Donnerstagabend. Liebe Zuschauer, jetzt kommen wir zu einem mit mehreren renommierten Filmpreisen ausgezeichneten Streifen. Made in...